Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Schock in Bremen. VfB Stuttgart kalt erwischt. VfB Stuttgart erleidet bittere Niederlage in Bremen. In einem dramatischen Spiel erlitt der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag eine enttäuschende Niederlage gegen Werder Bremen. Der VfB kommt nach diesem katastrophalen Rückschlag kaum mehr zu Atem und man fragt sich, wie es nun weitergehen wird. Die Partie begann vielversprechend für die Stuttgarter, die dominant ins Spiel gingen und mehrere Möglichkeiten hatten, war, in Führung zu gehen. Aber die Bremer nutzen ihre wenigen Chancen effektiver und gingen mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit, wie aus den offiziellen Spielberichten hervorgeht. Im zweiten Durchgang wurde der VfB Stuttgart zunehmend nervöser und produzierte viele individuelle Fehler, die letztendlich zu drei weiteren Toren für Bremen führten. Die Bremer zeigten sich gnadenlos und bestraften jeden Fehler der Stuttgarter unmittelbar. Trotz vieler Bemühungen gelang es dem VfB Stuttgart nicht, den Rückstand aufzuholen und der Endstand von 5-0 besiegelte die desaströse Niederlage. Es ist unklar, wie sich dieser schwere Rückschlag auf den weiteren Saisonverlauf des VfB Stuttgart auswirken wird und welche Konsequenzen das Trainerteam ziehen wird. Personelle Änderungen scheinen unvermeidlich und doch muss das Team lernen, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Nur so können sie diese harte Phase überwinden und wieder zu alter Stärke zurückfinden. Dieses Spiel erinnert an die vielen harten Niederlagen, die die Stuttgarter in dieser Saison einstecken mussten. Altgediente Fans hoffen nun, dass ihr Verein die nötige Reaktion zeigt und in den nächsten Spielen wieder angriffslustiger und entschlossener auftritt. Nahezu schwerelos scheint der Blick nach vorne. Doch nur wer sich von solchen Rückschlägen erholen kann, wird langfristig Erfolg haben. Die Stuttgarter wissen, was auf dem Spiel steht und werden alles daran setzen, in den nächsten Spielen ihre wahren Fähigkeiten zu zeigen. Quellen, Spielberichte und Interviews von DFB, Berichte von bundesliga.de und lokalen Nachrichtenagenturen. Autorin Anita Farke, Sonntag, 21. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.